Die Top 5 Vintage Kommoden, die Sie kennen müssen Ich bin sehr zufrieden mit dem Out of the Blue 144.348 Schlüsselkasten. Er sieht genauso aus wie auf den Bildern und die Qualität ist top. Der Metallrahmen gibt ihm ein robustes Aussehen und die integrierte Uhr ist ein praktisches Extra. Die Größe ist perfekt für meine Bedürfnisse und ich kann ihn einfach an der Wand befestigen. Die Verwendung als altes Telefon ist eine lustige Idee und gibt meiner Küche einen Retro-Charme. Insgesamt bin ich sehr glücklich mit meinem Kauf und empfehle es jedem, der einen stilvollen und praktischen Schlüsselkasten sucht. Ich bin sehr zufrieden mit der LifeWit Kommode für Schlafzimmer. Der Aufbewahrungssturm ist perfekt für Schrank, Wohnzimmer, Flur, Schlafzimmer oder Büro. Die sechs Stoffschubladen bieten sehr viel Stauraum und die Holzplatte aus rustikalem Braun gibt der Kommode einen schönen Look. Der Stahlrahmen sorgt für Stabilität und Langlebigkeit. Die Montage war sehr einfach und schnell erledigt. Ich kann die LifeWit Kommode für all jene empfehlen, die eine schöne und praktische Aufbewahrungsmöglichkeit suchen. Ich liebe diese Retro-Tischuhr. Sie ist perfekt für meinen Schreibtisch und verleiht meinem Raum einen Hauch von Vintage-Stil. Das Metallgehäuse ist erstklassig verarbeitet und passt wunderbar zu meinem Dekor. Die Uhr ist 23 cm groß und ihr schwarz-minimalistisches Design fällt mir sofort ins Auge. Die Uhr ist solide, stabil und läuft sehr genau. Ich würde sie jedem empfehlen, der nach einer stilvollen und funktionellen Uhr für den Schreibtisch sucht. Ich bin sehr beeindruckt von der J-Rau-Kommode. Die Kombination aus Stahl und Holz verleiht dem Schrank ein stilvolles und hochwertiges Aussehen. Die fünf Schubladen bieten ausreichend Stauraum und sind sehr leicht zu öffnen und schließen. Der Schrank ist perfekt für mein Schlafzimmer und ich könnte mir vorstellen, ihn auch in meinem Büro oder Wohnzimmer zu verwenden. Die Lieferung war schnell und die Montage war einfach, obwohl ich alleine gearbeitet habe. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf. Ich habe den Hocksock-Schubladenschrank für mein Wohnzimmer gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Farbe ist genau wie auf dem Bild und es ist sehr einfach zu montieren. Es gibt genug Platz in den Schubladen für alle meine Sachen und es sieht gut aus in meinem Raum. Es ist auch sehr stabil, obwohl es aus Holz gemacht ist. Ich kann diesen Schubladenschrank jedem empfehlen, der ein schönes Möbelstück für Ihr Zuhause möchte. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.